So, und mit dir können wir eigentlich wieder nach Hause. Und einfach mal so warten. So. Oh, meinen Einwohnern will ich eigentlich keinen Schmuck geben. Ich will nicht, dass sie Aristokraten werden. Ich meine, aber das werden sie ja eigentlich eh nicht. Aber ich will auch keine Bedürfnisse wecken. Ich bin mit den Kaufleuten eigentlich voll und ganz zufrieden gerade. So, bei dir kann ich überlegen, ob ich mit dir noch eine Handelsroute fahre. So. So, da haben wir hier das Lager. Das ist voll. So, das Wichtigste für die Zerstörung einer Zivilisation ist es, die Schiffe auszuradieren. Hm, das Binge. Also. Also. Das ist es, die Zivilisation auszuradieren, äh, die Schiffe auszuradieren, die Möglichkeiten nachzubauen. Und. Genau. Das heißt, ich müsste marodieren durch die Gegend feiern. So, ne, das wollte ich, ich wollte hier Konto sagen, ich wollte hier mal sagen, so müsste das klappen. Und da müsste ich den Konto im Zugriff haben, das ist auch gut. Und dann schaue ich mir die nächste Insel, die wollte ich auch noch, nö? Ja, genau, die wollte ich mir noch holen. Die kann er behalten. Und da wollte ich gucken. Was ist mit der hier? Na gut, die kann ich ja mal mit dem Schiff angucken. Nee, ich glaube nicht, dass es da groß was gibt. So, das wäre mir egal und das wäre mir egal. So, das wäre mir egal. So, so rum ist es richtig. So rum gehört das Glaub hin. Genau, so rum würde die Karte am meisten Sinn ergeben. Oh, da haben wir ein paar Piraten gewütet. Völlig überraschend. Wunderbar, du kannst hier mal schauen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak und Zuckerrohr. Okay, aber die Insel ist so mickrig. Die kann er haben. Die interessiert mich schon jetzt nicht mehr. Die ist für mich auch irrelevant. Die ist spannend. Die nicht. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Oh Mann. Okay. So. Dann haben wir das Schiff hier oben. Der ist gerade echt am Schiff bauen bis zum Abwinken. Wofür braucht der die alle? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Was ist denn das für ein Pfosten, ey? Was denn das für ein Pfosten? Okay. Wir speichern nochmal schnell. Wir speichern nochmal schnell und dann schauen wir mal. Okay. Sind wir jetzt mit dem Schiff da unten? Wahrscheinlich schon. Können wir hier mal drehen. Können wir dich nehmen. Können wir hier sagen. Hurra. Die Schule brennt. Und dann würde ich nochmal zur Pirateninsel flitzen. Ihnen nochmal einen Auftrag erteilen. So. Machen wir mal so rum. So. Pirat. Auftrag. Den da. Bitte schön. Gut. Und dann würde ich mal wieder nach Hause fahren. Oder wollen wir gleich einfach ein Gold abbauen? Das können wir natürlich auch noch machen. Können jetzt hier hin büsen. Und Gold in Auftrag geben. So. Dann würde ich mal einfach sagen, speichern. So. Soldaten habe ich irgendwie gar nicht wirklich viel Lust drauf, muss ich sagen. So. Wenn der... Ne. Ich muss die Hauptinsel da unten zerstören. Hier. Ist eigentlich ziemlich Pups. Okay. Da hat er Soldaten. Aber er hat keine Kaserne. Er hat kein Ding. Er hat gar nichts. Das heißt, ich muss mich... Ich meine, klar. Wenn ich die halt zerstöre, dann kann ich ihm seine... Aber das würde ich dann nicht so machen. Da würde ich ihm die Schiffe wegbomben. Also das Erste, was ich machen müsste, wäre quasi selber eine riesige Flotte aufbauen. Und dann seine Schiffe in Kriege verzetteln. Dann kann er immer noch neue bauen. Kann er immer noch neue bauen. Alkohol geht zur Neige. Habe ich Alkohol? Irgendwo habe ich Alkohol. Da habe ich Zuckerrohr. Da habe ich zu wenig. Da habe ich auch so gut wie nichts. Da wäre auch Zuckerrohr. Okay. Dann würde ich mal versuchen, hier oben zu sagen, Zuckerrohr. So, du kommst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. So, und dann ist die Frage. Wie platziere ich dich denn? Oder mache ich es lieber hier unten? Was haben wir denn hier? Gewürze hätten wir da. Was haben wir hier? Gewürze hätten wir da. Was haben wir hier? Tabak hätten wir da. Zuckerrohr hätten wir hier. Das heißt, ich könnte hier in der Theorie auch noch ein bisschen Zuckerrohr anbauen. Aber offenbar habe ich ja zu wenig. Oh ja. Oh ja. Oh ja, oh ja. So, Weintrum und Zuckerrohr sind ja auch verkehrt. Hier wäre Zuckerrohr. Okay. Dann bauen wir hier vielleicht mal Zuckerrohr an. Baumenü, Zuckerrohr. 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 Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Luft und Luft. Das wäre die erste Plantage. Okay, fangen wir mal an. Eins, zwei, drei, vier. Das ist zu wenig. Eins, zwei, drei, vier. Es fehlt am Tabakwaren. Eins, zwei, drei, vier. Tabak auch noch eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. So, wunderbar. Okay. Und dann müsste ich hier ja noch einen Marktplatz hinsetzen irgendwo. Oh, Triumphbogen haben wir auch noch. Ja. Hm. Gut. Ähm. Marktplatz wäre dann ja vielleicht. Der Alkohol geht zur Neige. Ja, das weiß ich alles. Wäre dann ja sinnigerweise so. Gut. Dann würde ich fast euch alle hier ausradieren. Und euch alle weg. Das ist jetzt vom Design nicht ganz so klug, aber das ist mir jetzt egal. So. Sagen eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Supp, supp. Noch ein. Supp. Und. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf. Vorkehr, das war einer zu viel. Genau. Oh, und dann könnte ich ja hier das gleiche machen. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tabakwaren gehen zur Neige. Das weiß ich. Ich bin gerade in Panikmodus und mit Hochdruck am Probieren, das zu retten. Dann müsste ich hier. Es mangelt an Alkohol. Weiß ich auch. Eins, zwei. Eins, zwei. Zack. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Zack, so war das. So, dann kann ich den da reinsetzen. Und die Straße würde so hingehen. Bäm. Genau. Wunderbar. Und hier vorne wäre das quasi so. So. Jetzt hat bloß die Frage, ob mir das reicht. Brauche ich da nicht noch Holz? Holz habe ich jetzt wieder gar keins, ne? Natürlich brauche ich Holz. So, Zuckererplantage. Genau, natürlich brauche ich Holz. Gut, dann holen wir hier mal Holz ab. Oder wir nehmen dich. Sagen zu dir. Wir nehmen dich und sagen zu dir hier. Hier. Danke. Drei, vier, fünf. So, bitte. Dahin. Und was an? Hol mal bitte Holz ab. Kapierst du eigentlich nicht? Okay. Okay. Also manchmal ist es echt doof. So, das ist sicher. Ähm. Wir brauchen auf jeden Fall immer noch ein Schiff. Wir brauchen viele Schiffe. Deswegen darf ich eigentlich nie aufhören, Schiffe zu bauen. Und bei der Gelegenheit speichern wir mal. Gesichert. So. Da, da, da. So, was wir hier schon mal bauen können, sind die Wege. Eins, zwei. Eins, zwei. Von mir aus. So. Eins, zwei, drei, vier. Das wäre so und so. Das wäre so. So. Dann würde ich zu dir mal sagen, hier jetzt, also erstmal du ausladen. Zack, alles weg. Dann können wir hier schon mal Zuckerrohrplantagen bauen. Eins, zwei. Und was ich von dir möchte, ist dann noch Handwerksgedönse. Öhönse. Da ist es. So, und dann können wir hier drüben schon mal Tabakplantagen bauen. Ich würde gerne mit dir anfangen. Dann kannst du sagen, ich brauche Steine, Holz, Werkzeug, Werkzeug, und dann kannst du wieder dahin düsen. Du kannst wieder nach Hause. So, ich wollte mit dir anfangen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ah, das weiß ich doch. Ich wollte mit dir anfangen, Vale. Boah. So eine Rotze. So, und du kannst eigentlich da hin. Da und da. Gut. Kann ich schon eine Tabakdreherei machen? Das geht schon, ja. Also der kann da schon arbeiten. Das ist nicht schlecht. So, zack. 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 Einfach damit wir die Diagonale haben. So, genau. Und den, 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 den und den kann man wegschmeißen. Der andere ist eh weg. Perfekt. Es fehlt an Stoffen. Ja, hier unten. Das ist mir egal. Da unten ist es mir egal. Okay. Gut. Dann sind wir jetzt da mit dem Schiff auch da. Zack. 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 Und dann können wir hier nochmal eine Tabakplantage hinsetzen. Wunderbar. Und dann können wir zu dir sagen... Nicht zu dir. Zu dir können wir sagen. Rote. Alkohol. Tabak. Rote. Zack. Alkohol. Tabak. Raus und raus. Und los geht's. 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 Vielen Dank.